Mein Name ist Diana Pfeiffer und ich spiele die Amazone des Wassers. Diana Pfeiffer reitet freihändig durch das Wasser, dargestellt durch ein großes blaues Tuch. Das Bild strahlt für mich eine unheimliche Ruhe aus und ist gleichzeitig imposant, dass ich jedes Mal Gänsehaut bekomme, wenn ich das sehe. Diana zeigt Dressur-Lektionen wie Traversale, wie Galopp-Pirouette, das alles freihändig. Das Pferd hat absolut keine Angst oder Stress vor diesem Tuch, sondern findet es wirklich toll, in diese Wellen reinzugehen. Das macht ihm Spaß. Ein atemberaubend schönes Bild. Das Gefühl ist traumhaft schön. Also ich bin selber immer wieder von meinem Pferd so begeistert, dass er das so mit mir durchzieht. Cavaluna ist eine fantastische Show, traumhaft, phänomenal.